hallo und herzlich willkommen zu einer runde sulla mal wieder nach einer langen zeit ich habe kein ton was so ist ja so oder so könnte und sag mal was ist kein ton ja ich habe kein ton eingestellt deswegen kann ich auch nicht gar nichts ja nicht und hier dass das butterfly jetzt macht es euch auf möglichkeit gefasst lange nicht mehr geschmiert first blood du hast schon zweier killstreak da von wo hast du schon meinen silverskin gesehen ich finde gar nicht so schlecht ich habe ziemlich lange überlebt mit wenig hp und ich habe die doppelgranaten die wurden ja der manche mancher skin heißt gold gold skin und sieht silber aus und silverskin sieht gold aus ganz da oben bei uns ist einer rechte seite geht es runter ok ich kann gar nicht hoch werden da kommen welche von unten rechts links bei uns unten drin kämpfen sie wieder und wir spielen transportschiff nein bei uns sind bei uns schon am spawnen rechte seite rechte seite unten drin wieder ja ja da ist einer hat ein tiger skin hat ein tiger skin ok auk ah na na alter wieder bei uns einer headshot kommt noch einer noch ein headshot 度 mutiger hoch oben ist einer ist tot äh oben ist wieder einer ich will doch mal ein messer ich habe den angemessert den noch zehn nein äh ich hab den appell mit meiner diegel ich glaube ich glaube dass das butterfly macht nicht so viel schaden ist aber ziemlich schnell ich wollte die gibt es auch noch ich konnte ton ist noch zu laut falls sie mich verstehen können bitte schreibt zwei redig und das war meine falls ihr diese windows geräusche von usb hört das ist mein headset ja ja das hört man ja nur bei meinem pc ja obendrin ist einer container im container obendrin ist runtergesprungen oder ist noch einer unter container reden bei uns rein seite rechts ich habe schon gefühl fürchte dass ich viel schlechter bin oben auf dem seite seite drin kann nicht durch die tür laufen der gute grafik fiel dadurch wende oder was das ist bei uns links 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 man 1916 nur headshots hier oder was ein hp ist klar das ist Ich habe gesagt, ich habe lange nicht mehr gespielt. Das ist jetzt das zweite Match. Ach, dieser Spawn-Schutz. Hätte ich eh nicht getroffen, hätte ich ja nichts geändert, aber ich hasse den Spawn-Schutz trotzdem. Ja, bei uns oben auf dem Balkon, kämpft hinter der Kiste. Kommt vor. Äh, die meisten kommen vom Untergrund. Okay, dann gehe ich in den Untergrund. Ich bin da gerade, ich halte so ein bisschen auf. Ich springe vorbei, ja. Ja, da kommt eine Granat. Da ist einer. Alter, den habe ich nicht gesehen. Da ist noch einer. Noch einer? Hm. Aber mein Aim ist gerade so scheiße. Oh, wieder The Wolf. Der kämpft immer oben auf dem Balkon bei uns. Untergrund kommt einer hoch. Nee, geht zur Mitte wieder. Es sind zwei, drei, drei sind Untergrund. Kommt zu uns. Ja. Ich kann noch nicht mal schießen, bin ich schon tot. Äh, bei uns sind schon unten welche drin. Spawn ist einer. Läuft links rum. Alltag. Das hat sich nicht verändert. Wo denn? Das war immer der Grund, warum ich das nicht mehr gespielt habe. Auf der anderen Seite. Wegen den scheiß Campern. Oben auf dem Balkon schon wieder am Campen. Kommt runter, links. Ist tot. Reding 2. Also deren Seite noch. Mist. Oh, ich bin hinter dir. Alter. Ah, Mann. Unten drin ist er wieder. Will wieder hochcampen. Mist, der 3 HP. Okay, wurde weggeschockt. Da unten ist noch einer. Mist. Schade. Schade. Ach, der Klick. Mist. Ich hab den noch getroffen. Schade. mit wie viel 30 ja das war mal wieder eine runde so da ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal haut rein